So, ich hatte meinen Run in der Pit. Ich glaube 34 Tagets getroffen von 40. Zeit weiß ich nicht, war glaube ich eher nicht so gut. Stange ist jetzt dran. Und da ist er auch schon. Bist du bereit? Jawohl, Sir! I am down, I am high! Ich würde die Ziele treffen in Rekordzeit, Sir! Ja, gut! Komm auf, boom, 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 okay? And then you can walk or run, but remember you have static targets and you have pop-up targets, okay? So, only shoot when it's in front of you. Do not turn around. Once you've passed it, you're done. Just keep going. Set, and go! Hold on, shake it, shake it. Hold on, shake it, shake it. Hold on. Just skip… Shoot! I'll defeat you. Anknife! season few… wind polit Perus Nice one! Das hat Spaß gemacht! Wo kann ich unterschreiben? Ich bereue mein Zivildienst! Schießen macht Spaß! Danke! Also denke ich, das ist gut! Also lasst uns da, 5-minutes Spiel! Es ist 5-minutes Spiel! We gonna starte mit! Die Elimination, die Elimination! Wenn ihr an Elimination... Du gehst mit den Dezüllen bis zum Schluss! Das ist 2 Wissle! Du gehst mit den Dezüllen bis zum Schluss! Dasitu heißt, das ist die Elimination! Is that understood soldier? Is that understood soldier? Yes sir! Thank you! I'm ready to get ready to go! Come on! I'm going to get you back! I neutralize! Get underdog! Get underdog! Get underdog! OK, this battle is straightad off! I'll take you past the map, the we set now. So you can image those on of this condition. machen können. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen, was hier so aufgebaut wurde. Die sind völlig krank. Man erkennt in Grundzügen die MAP Scrap Yard. Das ist natürlich nicht akkurat, weil wir haben hier nicht ein ganzes Flugzeug reingelegt. Aber man kann schon ungefähr sehen, was hier abgeht. Also hier haben wir die eine Base, auf der wir vorhin auch gestartet sind. Hinter dem roten Container, da ist hier die erste Area. Hier Bomben, die Flugzeugparks. Die Center-flagge. Das sind Marks of Honor. Good answer.